Achtung! Großartig gemacht von Kahn! Kahn super! Sensationeller Reflex von Oliver Kahn. Und wieder Oliver Kahn! Der hat was drauf, der Junge! Kahn hält selbst klasse! Kahn voll konzentriert! Klasse von Kahn! Riesenparade von Oli Kahn! Kahn! Oliver Kahn! Kahn klasse! Super Kahn Parade! Sensationell Kahn! Oli Kahn! Weltplatz der Kahn! Und Kahn! Kahn! Der beste Torwart, Oliver Kahn! Glanzparade und Panthersprung von Kahn! Kahn! Gute Reaktion von Kahn und stark von Oli Kahn! Nicht zu fassen, wie Kahn diesen Ball halten konnte! Kahn! Gut reagiert von Oli Kahn! Klasse Szene, aber Glanzparade von Oli Kahn! Klasse Szene, aber Glanzparade von Oli Kahn! Klasse Szene, aber Glanzparade von Oliver Kahn! Ein Verlust des Kapitäns wäre nicht kompensierbar! Und Kahn! Das bringt das bei Sicherheit! Er braucht immer diesen ersten Ball, auch um sich selber aufzuputschen! Oliver Kahn! Oliver Kahn! Oliver Kahn! Oliver Kahn! Und er ist nicht drin! Unglaublich! Und was für eine Parade von Oliver Kahn. Unglaublich, unabhängig davon, dass das Spielchen unzerbrochen war, dass Kahn diesen Ball auch dann gehalten hätte. Oliver Kahn war wieder dran. Eine Superparade von Kahn. Der Jubel des Titanen. Es fliegen Bananen, wie zu Kahns besten Zeiten. Und wieder ein Neuenstaggehalten von Olli Kahn. Kahn-Titan. Weltmeisterliche Parade. Kahn mit einer glänzenden Reaktion. Und Kahn ist wieder da!